Was, auch ihr habt noch nicht das passende Ladezubehör für euer E-Auto mit coolem Design, einem günstigen Preis und natürlich auch einer Top-Qualität. Tja, was könnte man dann da empfehlen? Ja, genau, dann ist vielleicht Absina die Marke, die ihr braucht für euer E-Auto. Denn hier findet ihr cooles Design, Top-Qualität und natürlich günstigen Preis. Zum Beispiel wie hier ein Ladesystem mit Schuko-Adapter oder auch mit einem CE-Adapter mit 11 kW und App-Funktion. Ja, und wenn ihr jetzt schnell seid natürlich, dann könnt ihr auch wieder mit Neo Electrics 10 als Rabattcode 10% auf eure nächste Bestellung sparen. Also lasst es euch nicht entgehen und schaut dann mal rein bei Absina im Webshop.